Ein Foto geht um die Welt. So sehen sie aus, die Beine eines Profi-Radfahrers nach 2829,5 Kilometern Tour de France. Genauer, die Beine des Polen Paweł Poljanski. Nach 16 Etappen sehen meine Beine etwas müde aus, schreibt der Fahrer des Teams Bora Hansgrohe zu seinem Foto auf Instagram. Dass er schon mehr als zwei Wochen am härtesten Radrennen der Welt teilnimmt, ist deutlich zu erkennen, so viel steht fest. Nur einen einzigen Ruhetag hatten die Fahrer seit dem Tourstart. Poljanski gilt in seinem Rennstall als Allrounder. Während der Etappe, die er absolvierte, bevor das Foto entstand, unternahme vom Start weg immer wieder Ausreißversuche. Am Ende kam er als 65. ins Ziel. Und zum Ausruhen kommt er auch in den nächsten Tagen wohl eher nicht. Fünf Etappen liegen noch vor den Fahrern.